so bevor ich zum shop gehe will ich erstmal zum waffenshop wo ich keine ahnung ob wohl ist das sieht im shop identifizieren müssen wir ja nichts lassen haben wir nichts aber da haben wir einen waffenshop da ist er so verkaufen leider nichts dann haben wir 1 1 keine ahnung was er sagt 1 1 alles power 1 power 10 10 halt mal 10 brauchen wir ja magier schurke jäger also fernkämpfer und dann vierzehn der hat auch nichts für uns dann können wir dann jetzt im händler bin ja mal gespannt was mit der jetzt alles für uns hat so glasflaschen können sollten wir nicht mal wieder verkaufen haben wir glaube ich gar keine mehr wir haben wir gar keine mehr kaufen als erstes kaufen wir die glasflaschen voll es kostet uns aber wieder einiges aber besser wir haben es vorher nicht dann das können wir uns leider nicht leisten waffen brauchen wir nicht das kennen wir schon jäger magier 1 1 1 auf 5 5 schurke so power 5 schurke hier power 10 bomben die können wir uns jetzt kaufen verkaufen wir die alten bomben die verkaufen jetzt einfach bis alles weg ist so ich wollte das so machen und den kümmern einfach so machen so bomben hier 4 4 plus 10 hammer aber schau mal erst mal was haben wir sonst noch hier 14 ne dann geht gar nichts mehr dann kaufen wir uns den rest bomben kosten die nur zwei kupfer ok das war's 33 bomben insgesamt dann wo ist der ausgang wo ist die offene tür gibt es die offene tür zu aber da ist sie hinter dem schrank war sie versteckt so wo ist hier ist der kraft ist abenteurer ach genau wir könnten hier auch mal rein ich habe immer noch nicht für ganz verstanden was er macht ich glaube verbessert uns die gegenstände ein euro juli so schritte hatte 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 ja noch nicht wird das wird sogar verbessert a4 platine mit münzen kostet es haben wir nicht schade leben rüstung restenzen es würde alles verbessert werden mist deshalb ist schon das geht nicht das hier könnten wir verbessern nicht hat mir nicht egal adept dann steht wenigstens da ok also wir könnten uns unsere brust rüstung könnten wir verbessern aber dafür brauchen wir viel platinum münzen ich habe keine ahnung über die kriegt coli ich finde schon aber schon ein bisschen besser aus so ausgerüstet dann kann der kraften ist direkt durch jetzt hingehen wo ist denn der der und den schenken den schenken wo ist der text die stadt hallo handwerk bin ich im trade district jetzt bin ich normal in luke city dann ist wahrscheinlich hier hinten im eck ist es wahrscheinlich trade district kommt schon wo ist der crafting das wieder das erkennungsteil zu identifizieren wo geil da da die menschreibe ein crafting district ein kleines haus fast nichts drin da gehen wir hoch dann betten und wir fallen runter da wohnt so jemand drin war ja okay natürlich unterwerterin die das haa voll geil hammer geil gibt es nicht meine tür das heißt die tür hier gibt es wieder eine tür ein balkon so ist kann ich aber noch nicht benutzt oder was schauen wir mal was das können alles machen wasserflaschen können wir machen wird kürzmann kürzmann das gleich mal ihr muss doch irgendwo die schmiede hier wird kürzmann hier machen so dreimal bekommen so dass das könnte die schmiede sein ja perfekt haben wir gleich mal fünf goldblöcke wo aber drei bekommen zwei voll geil zum glück hier auch noch mal zwei stück das können wir leider nichts das könnte man wieder voll machen ist voll das könnten wir machen schauen wir schnell die als expo ich fange mal unten an den geht nicht der hier würde gehen könnten wir sogar tragen der hätte mehr leben mehr rüstung mehr resistenz weniger tempo dafür aber kript voll geil aber jetzt schauen wir erstmal das hier das ist immer ein 10er ne ein glas um für power 10 mehr leben gleich viel rüstung gleich viel resistenz weniger tempo dafür immer mehr kritische chance der wäre ich besser wegen dem erleben für dich immer das ist rüstung was aber hier das könnte man jetzt auch das wäre jetzt gut die frage ist beim schild ist es okay aber ne der ist scheiße der schild bei dem waffen weiß ich nicht ist es jetzt einhand oder zwei das wäre so geil wenn es dabei stehen würde aber die sowieso scheiße das haben wir hier die hier die hätte mehr schaden mehr leben mehr kritische treffe schoss die wäre schon geil nach mensch nee ich glaube ich mache erst mal rüstung waffen kann man notfalls auch kaufen ich weiß welche rüstung mache ich mir ich glaube ich mache man die hier die man das ist eine plus 10 die wir immer länger haben als sie plus fünf oder die plus fünf ich weiß es nicht das würde uns 0,6 leben bringen also von den wichtigen werten die ich jetzt mal weil ich jetzt mal hier würden wir mehr leben kriegen und zusätzlich noch was wir machen das hier braucht anboss so die haben wir gesagt das können wir leider nichts mehr machen nein da können wir immer noch nichts da können wir was machen so zwei live potions noch ähm da bräuchten wir ja noch die pilze könnten wir machen Wasserflasks okay ich suche jetzt also nach einem brunnen dahinter gab es doch äh erstens den see und zweitens gleich noch ähm ein lagerfeuer irgendwo oder mensch wie so gibt es denn in der stadt kein lagerfeuer zumindest habe ich bisher noch ganz gefunden das wieder in aber wenn man das hier könnte ja vielleicht immer da jetzt welche nehmen ja wir können die kürbisse leeren machen okay das war's mit den kürbissen ob ins wasser so wasserflaschen füllen viel sind werden sie mir nicht sein denn wir haben ja noch wasserflaschen übrig also um die 20 schätze ich schon so dann irgendwie müssen es dann gleich voll sein und jetzt haben wir schon wir sind schon fast bei 30 jetzt haben wir ah ok genau 30 konnten wir machen so da hinten ist ein typ den können wir verfolgen zu seinem lagerfeuer bring mich zu deinem lagerfeuer das ist eine herzblume das ist ginseng kann man auch gleich machen und anschließend ich frage mich ob die pflanzen neu wachsen oder nicht das heißt wenn wir die weggemacht haben kommen die dann wieder ja oder nein da oben ist irgendein Viech Duckbill ich habe keine ahnung was ein Duckbill ist aber wir töten es so da hinten haben wir auch noch was zu töten ich habe das hier eine Katze oder ein Hund eine Katze ich bin aber ich bin aber er ist ja auf Abblendzeit hat uns drei Fahrungen gegeben voll geil soll hier mal wieder Maisfeld finde ich schade dass wir den Mais nicht benutzen können so gut ist sie da ist auch wieder ein feld acht ins kürbisfeld wo ist jetzt lagerfeuer muss ja irgendwo hier sein das ist eine herzblume lagerfeuer wo bist du wir müssen uns echt nur merken wo ein lagerfeuer ist keine ahnung hier eine herzblume da ist ein eichhörnchen missus ich hab's runtergeschubst ich will dich diesmal das habe ich eigentlich beim letzten mal auch schon aber egal und gekillt so und jetzt essen wir was falsch hier gibt's essen so ginsingsuppe ja die ist lecker ich hätte jetzt auch keine suppe oder ein muffin oder eine andere scheibe das wäre jetzt geil 200 sind zu viel aber 110 gehen also ein paar äh dringend ein muffin so da oben ist was eine herzblume ich hätte gern ein lagerfeuer ah hier haben wir mal was in die luft gesprengt wir könnten eigentlich versuchen ob wir jetzt tiefer kommen das haben wir ja damals nicht weg haben wir daher nicht wegbekommen kommen wir jetzt tiefer ich glaube das hat einfach nur eine größere reichweite und macht halt bei gegnern mehr schaden und ich glaube die felsen da könnten was drunter sein das war damit gemeint und man den einfach mal komplett weg nicht nur ein oder zweimal und weiter komme ich nicht und hier alles weg ja gut weiter runter geht's nicht finde ich schade ich hätte schon gern vielleicht müssen brauchen wir ja auch wirklich viel stärkere bomben dann ist wieder eine kotten plant mensch jetzt hier ein lagerfeuer ich habe keine ahnung wo ich bin hm glaubt ihr in so einem fetten stein sprengen wir ihn mal weg vielleicht finden wir hier was und da ist nichts drin so sprengen jetzt erst mal die seite hier weg ah hexen ob wir die töten können versuchen wir es mal alter nein scheiße lasst mich in der ruhe nein ich habe nur noch sechs leben ich glaube sie lassen mich in der ruhe nein lassen sie nicht scheiße ich habe nur noch zwei leben scheiße